ARD Text im Auftrag von Funk Wird halt da unten hingeworfen Alter, ich find's cool, dass meine Schaltung funktioniert Jetzt Ich töte hier unten mal die Hühner, gell? Guck mal, da, guck's ab, ey Du hast die noch, Mensch Hä, hier sind ja zwei Hunde, Alter Ich will das Fleisch Ich will das Braten, ich will den XP dafür Das ist alles Guck mal, komm ich da rüber, schnell Ja Guck mal Da hast du Fleisch reingeworfen und Erde Hey, warum krieg ich das in die Hand? Ich sammel das ein, Alter Wovon? Ja, wahrscheinlich, weil das Zorn mir vorbeifliegt Gut, Alter, richtig Wie, 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 wenn ihr wisst, wie die Schaltung geht und wie wir das Ganze gebaut haben, schaut die letzte Mal gern, Alter, da wird rausgeschissen und kommen Karotten raus Also, die Maschine funktioniert mit so gut wie alle Ja Nein, du tötest die dann Nein, wirklich nicht, ich glaube auch, das ist nicht mir gehört Das ist mein Haus, nein, nein, nein Daniel, du hast ja Sand geklaut, oder? Neben meiner Farm hast du mal Sand geklaut, oder? Kann das sein? Ja, der hat das Sand abgebaut, ich war ja dabei Echt? Ich weiß nicht mehr, keine Ahnung Ah doch, ja, ja, genau Warte mal, ich will jetzt kurz was gucken Okay, dein Haus ist ganz Dein Haus ist überhaupt nicht in dem kaputten Chunk drin, das ist gut Wo bist du überhaupt, Dani? In der Höhle Achso Achso, ich weiß auch, warum die scheiß Blätter da wieder hängen wie in dem verkackten Chunk Boah, Alter, der regt mich auch So, äh, ah, ich kann mal einen Kohleblock holen Und ein bisschen was durchbrennen lassen Ich hab da schon voll viele Hüter, die ich nie mal gemacht hab, wegen dem coolen Fenster Ja, guck Aber ich hab mir schon was geiles davon überlegt Ja, du hast die Schaltung erfunden, Alter Das meine ich ja Äh, nein Doch, Alter, alles von dir Alles aus deinem Kopf Dann nicht Weil, du, ich hab mir das Konzept überlegt Ich muss doch nicht mehr, dass ich das gut Achso, ja, aber Ich hab mir überlegt, dass mir das Pänze zu machen Das meine ich, das reicht schon Ja, ich hab dir gesagt, wie er geht, aber du hast dir überlegt, dass du dir machen kannst Das ist auch schon was wert Das ist Gott Das ist Gott Oh, ich bin auf der Suche nach einer Miene, aber ich finde einfach mal keine Nach einem Miene schafft so was Ja Okay Ja, keine Ahnung Also wenn du Strings brauchst, dann ich hab neun Was? Wenn du noch Fäden brauchst, ich hab noch neun Nö Okay Ach, küsst mich das so Hüge Ich hab jetzt zum fünfmal aussortiert und ich hab's wieder vergessen, eine Taste zu drücken, jetzt kann ich auch mal von vorne machen Ich hab kein Puppen mehr Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ich sortier meine Lieder 3 Ach, ich hab kein Puppme, ja Alte, sowas hab ich noch nie gemacht, was Freddy gemacht hat Gar nicht Volles coole Spiel Ja, aber ich hab so einen Ordner mit 500 Liedern drin oder so Achso, ich hab Liedern, also im Sinne von irgendwelchen Führern verstanden Ups Achso Mein Führer er hat ich sagte er habe eine Führer 2 Uhr 2 Uhr aber es ist doch gar nicht 2 Uhr ja ja wenn er sagt dass es 2 Uhr ist dann ist es eben 2 Uhr die Räuft die Räuft lalalalalala sing ruhig weiter Hallo Dani ja Jan hast du noch Magma Creme mh lecker Magma Creme ja ja echt kann ich eine haben schlecht hier mein bedeutendstes Werk Arschloch 2 Uhr 2 Uhr wer lässt es abspielen aber wer lässt es nicht laufen soll das ist Freddy oder ich weiß nicht ja ja das war jetzt Marco dir geschickt äh kriege ich ein kriege ich die Magma Creme bei den du Fisch alter so was macht man keine Aufnahme ja gut alter 2 Uhr 2 Uhr 2 Uhr warum kann ich den hä Was machst du das andere Alter das ist ge unbe modes smiled was meinst du was Marco und MarcoУrii azzi was ist Ich hab's rausgehauen, Dani. Hey, gerade sind drei Leute auf dem Server anscheinend, aber ich bin runtergegangen. Ja, ich bin auch runter. Weil's überhaupt nicht lief. Ja, ich renne so. Da vorne wurde der Chunk nicht geladen, auf einmal war ich im Chunk drin und ich hab's rausgehauen. Ja, willst du mal einen Server kurz neu starten? Ja, warte, der müsste nochmal gleich wieder laufen. Drück nicht auf Refresh, Dom, ey, ich mach das für dich. Damit meine Server nicht wieder weg sind. Ja. Doch, ich drück trotzdem drauf. Soll ich F5 lieber drücken, dann geht's auch. Ey, ist das ja jetzt abgeratzt? Ich glaub schon. Ja, dann schaut mal das Schöne hier an. Ich will denn jetzt nicht unbedingt neu starten, ich lass wieder nicht gespeichert ist. Ja, klar. So, ich lass es jetzt mal schaffe hier, vielleicht komm ich drauf. Du, 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 du. Hä, Dani, bist du auch nicht mehr drauf, oder? Nein. Bist du drauf? Nein. Da steht 3 von 3 da. Ja, obwohl keiner drauf ist. Starten. Ja, ich hab ja auch geguckt, wer. Ja. Ja, ich seh, das sieht man ja im Spiel, wenn man auf die, auf die Spieler geht. Ja. Ja, ich würd mal sagen, starte mal ein Server neu. Ja. Machst du das jetzt? Hab schon gemacht. Ach so, okay. Gut, schau, wieso. Ich trink's so lang mal. Weil wir ja grad so einen professionellen Cut machen wollen. Ja, ja, bei dem das Video weiterläuft. Ich hab grad auch was getrunken. Der Spudel schmeckt noch immer scheiße. Äh. War ja gut. Hat man gehört, oder? Ja, ja. Aber nur minimal. So, jetzt müsst ihr wieder ansalzen. Ja. Nein, du bist vor mir drauf, Alter. Puh. Glaub ich zumindest. Bei mir tut's doch anmelden. Bei mir auch. Da bin ich drauf. Aha. Dann gleich. Äh. Ich bin wieder 20 Meter weiter hinten. Hä, ich war gar nicht mehr im Lage. Hä? Wie komm ich hier hoch auf einmal? Ja, wahrscheinlich hat der Server auf einmal nichts mehr gemacht. Und dann hat der jetzt wieder das auch. Ah ne, ich bin grad zufrieden. Da steck mich am Arsch. Der gehört mir nicht mal. Ich glaube, was machst du? Ich... Wo hast du deine Magma gegeben? Warum? Ich möchte damit was brauchen. Eine brauch ich. Hä? Hä, was sollst du? Du hast ne Gasträne, geil. Ja. Kiste öffne dich. Ich will dir den Zuschauern nochmal zeigen. So kann ich dich nicht mehr schlagen. Der Server erlagt schon wieder. Kann die Kiste auch nicht öffnen. Ich auch nicht. Du stehst bei mir nur da. Du auch. Alter. Ich bin raus. Und es sind wieder drei Leute drauf. Scheiße. Bei mir auch. Hihi. Ich glaube, der Host ist auch ein bisschen am ausrasten. Der wird ja gut sein Server. Also der ganze ist grad ein bisschen am abratzen. Ja, der ist halt auch wieder ausgelastet, muss ich sagen. Ja, start halt nochmal neu. Einmal noch. Obwohl, ne. Wir sind erst bei zehn Minuten. Jan macht ein komisches Geräusch. Soowele und weißt was. Ich kenn's besser. Fick dich und bist dich an die Presse um ja die ganzen Einstellungen sind auch wieder auf einmal wieder alle Koffer 1 er und so wird Prozent Spielmodus ist gerade auf Peaceful und Landburg Schreck weit ist ja und jetzt kommt man wahrscheinlich nicht mehr drauf ich bin drauf Warte funktioniert die Welt ist scheiß nicht Warte ich schau mal an Oh Freddy du Fisch ich wollte je schauen mal an es hat nicht geklappt ja jetzt kann Daniel nicht drauf Start halt neu mit 4 Spielern wenn Freddy mal spielen will Ja Freddy spielst du mit? Das kann ich machen ja ist bestimmt lustig Alter der oben hat Gratwivergeschwindigkeit Nein was machst du? Wer war das? Ich war es nicht Wer hat denn geschlossen? Ich war es nicht nur wir beide waren auf dem Server Dommel du Fisch Ich war es nicht Wer da? Es war keiner drauf Nur wir beide waren auf das keine Ahnung automatisch weiß ich dann nicht Schau in der Aufnahme nach ich habe es nicht eingegeben Daniel spielst du überhaupt noch mit? Ja Der Server Der Server Okay geht jetzt rein Hoff ich mal Sorry ich weiß dass du verarschst Willst du mich verarschen? Ich hab nichts, ich hab in die Kiste geschaut. Ja, Alter, wie? Ja, das ist neu jetzt, wenn man in die Kiste schaut, ist das gleiche, wie wenn man Slash Stop macht. Hallo, ey. Ich geh mal kurz zur S0. Was ist mit der Server? Ich hab noch S0. Jetzt steht da B. Beste Tiere. Äh, was? Ein B.E.E. Ach, B.I. Bumblebee. B.G. Jetzt dauert halt wieder ewig, weil jemand den Server geschlossen hat. Ja, läuft. Ich hab ihn nicht geschnoppt. Ich wollte es auch damit an. Zeig mal, ich wollte nur deinen Namen erinnern. Gers an. Äh. Alter, Minecraft wird zu mich verarschen. Ich will der Erste sein. Daniel, du kannst auch. Ich war der Erste. Ich hab gedacht so, nö, fick dich. Äh. Mein halbes Haus fehlt. Bei mir ist alles da. Es ist einfach schwarz. Also bei mir steht da, ähm, Ding. Alfrodo und Janne Brunner turn the game. Alter, das hängt schon wieder. Der Kies fällt nicht nach unten. Der Kies fällt nicht nach unten. Für mir fehlt das halbe Haus. Das ist einfach schwarz und die Welt ist da weg. Oh, fick dich. Boah. Ich hab's ausgehauen. Ganz neu starten. Ja, damit, dann mach ich jetzt mal einen Cut. Oder? Von mir aus. Ich glaub, ich war eigentlich gar nicht voll in die Zolle gekommen. Oh, ja. Ich kann auf den Slot, wo Freddy eigentlich drauf müsste. Da geh ich jetzt rein und spiel alleine. Und mir kommt nicht mehr drauf. Oh, ich komm nicht rein. Ich komm auch nicht rein. Ja, starten neu einfach kurz. Ja, dann mach ich einen Cut. Probieren wir erstmal, ob der funktioniert. Ich mach einen professionellen Cut und lass weiterlaufen jetzt. Mach doch jetzt einen Cut. Nein. Drück doch einfach Pause. Die Spreche dazwischen sind sowieso am interessantesten. Cut, Cut. Kack, Kack. Aber ich mach jetzt echt. Cut, Cut, du Spasti. Was? Ja, ich mach jetzt einen Cut, also bis gleich wieder. Mach dir echt gleich. Nein, Dominik. Nein, Dominik. Weiter geht's. Was ist? Oh, du Fischkopf. Es leckt doch noch. Tja, aber echt. Du willst du? Ich sag doch, tritt doch erst auf, wenn der Servo funktioniert. Ich kann doch immer noch nichts machen. Mach wieder einen Cut. Alter, du hörst die Welt einfach mal auf. Ich nehm das nicht. Ist kaputt. Am Anfang konnte ich die Kiste öffnen. Ja, aber am Anfang geht's auch kurz. Okay. Okay, sah grad komisch aus. Ich dachte, du bist echt irgendwie noch drauf. Okay. Sag mir, wenn du, sobald du was siehst. Also, bei mir steht ja schon dran, hat das Spiel betreten, du bist eigentlich noch gar nicht wirklich drin. Also, ich, hey, ich hab erst jetzt auf Joint-Server gemacht. Jetzt seh ich was. Okay. Hab ich schon mal geportet. Ja, ich bin doch bei dir schon. Ah, ja, ich seh dich. Kann ich nicht schlagen. Ja, ich bin im Game-Mode grad. Ich geh raus. Hey, was machst du im Game-Mode? Ich bin da hinten rumgeflogen. Ah, jetzt bin ich stark. Okay. Okay. Dann, wenn... Wegen Freddy ist es abgestürzt, weil der da hinten gespawnt ist. Ja, was kann ich dafür? Ja, nee, das kann gar nicht sein. Du musst ja den selber neu starten. Dann ist erst Freddy drauf. Ich hab den selber neu gestartet, weil es nicht mehr ging. Nein, Freddy kam mal raus als... Äh, kurz rein. Nein, das liegt an Daniel. Dann ist doch Daniel in der Höhle. Okay, äh... Und ich bin ganz dahin, wo die Welt aufhört. Also Freddy, dann kommst du jetzt mal kurz rein. Dann porten wir dich hier kurz her. Okay. Sag mir, sobald du was siehst, also sobald du blöcke oder irgendwas. Ich seh Luft. Und ich seh mein leichtes Death. Hä? Bist du auf der Welt und zieh ich irgendwas? Ich glaub, der lag schon wieder. Ja, ich seh Himmel und Sonne. Ja, das sagst du. Ja, Sir, wer lag schon wieder? Nicht da? Nein. Ja, du hättest früher sein sollst. Ich sag doch mal, der Höhle noch. Ja, egal, sobald du halt irgendwas hast. Ja, hab ich doch gesagt. Nein, der Server war ja davor schon gelangt. Ja, aber das war zu lang. Ja, aber das war zu lang. Abgeratet der Scheiße hier. Abgeratet der Scheiße hier. Warum machen die auch zwei, drei, zusammen? Ja, okay, was ist los mit denen? Warum ist es so nah hier? Wer ist so dumm und macht sowas, Alter? Und warum streamen die heute? Mann, wer kann uns diese Fragen des Lebens beantworten? Die werden schon wieder raus. Alter, heute ist Pferdetag. Pferde, 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 Pferde. Die ist riesengroß. Ich weiß ja nicht. Nein, ich glaube, die Schaltung ist ja nicht mal das Problem. Ich glaube eher, dass das Problem ist, dass da einfach so nicht normaler Boden ist und einfach so viel fehlt. So, jetzt ist mein Akku leer von meinem Handy. Jetzt kann ich nicht mehr 2048 spielen. WLAN B elemento Box Schrei Schrei Herr